Und noch hübsch aufs Maul, kein Problem, ist genug für alle da. Lalalala, 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 uuuh, uuuh, strike! Nichts was ich will, also brauchen das erste kann ich mal mitnehmen, wo sind die ganz, keiner Items fallen lassen, oder was, oder was geht hier, ey, Infanterie-Ring, Ich hätte echt gerne, wow, daneben Ein paar mehr Rezepte, dass wir uns mal ein paar coole Schwärter craften können, oder so Aber so gut, so schnell geht das natürlich nicht Ich habe das halt schon klein zerbrochen, das erste Stück immer alles mitnehmen Was war das denn hier? Kommt mal mit ihr Jungs, ich brauche mal ein paar von euch, hier alle mitkommen, ja genau ihr So super, haben wir schon mal die Hälfte blatt gemacht Der ganze Rest hat nicht fallen lassen Langweilig verpackt Steift da armreif, ist der gut? Habe ich doch gar keinen, oder was? Nebenhand Geist armreif habe ich noch nicht Und dann habe ich auch immer was ablegen hier Und anlegen Was? Drach, ah das ist Drachenausrüstung, oh man Ich war jetzt so froh, dass ich mal was anderes gefunden habe wieder, weil uns fehlen ja hier noch Uns fehlt ja noch Moment Uns fehlen noch was für die Schulter und für den Umhang Der geheime Schatz fehlt uns noch Nebenhand fehlt uns noch Zwei geheime Schätze fehlen uns sogar noch Ne Quatsch, warte mal Aua, schlagt mich nicht Ich bin eine da, zarte Dame Dauert Ich hab sie gebohnt Ich hab sie gebohnt Ja, Knochen, er braucht das schon Oh, das sieht gut aus hier Wuuuuh 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 Ah manch Wuuuuh 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 Wuuuh Na, was es geht bei dir hier So, kleines Kräuter bitte brauche ich nicht, Knochen brauche ich auch nicht, dann später nehme ich mit. Stopp, Ernststück nehme ich auch mit. Das ist mein Ernst, meine ich. Nein. Mal einen Frank schlucken schnell. Oh, Alter, ich will nicht wieder einmal, aber ich sterbe jetzt noch. Boah, stirb. Hui, so. So, brauchen das Erststück, kleines Kräuter, kann ich eh nicht mitnehmen. Ich kann ja auch nicht mitnehmen. Super. Dann mache ich mir mal raus aus dem Dorf hier jetzt. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Okay. Dann schauen wir mal ganz nach, ob wir hier eventuell eine Schriftrolle gefunden haben. Aber es sieht nicht so aus und wir legen mal wieder hier unsere Kleidung an und unsere Wecky-Kleidung, unsere Schnuckel-Kleidung. Ich habe sogar noch einmal das Metall-Quest offen, sehe ich gerade. Ähm. Oh, das war keine gute Idee. Nein. Aua. Okay, das hat zum Glück nicht so viel Schaden gemacht, wie ich dachte. Ähm, wir können doch hier, achtmal den Ofen verkaufen, die brauchen wir sowieso nicht. Dann können wir hier verkaufen, äh, den da und das da, äh, nein, kann ich nicht versagen. Ähm, Questgegenstände, ach, siehst du mal Questgegenstände? Ähm, Tränke, haben wir hier das noch. Das kann ich verkaufen. So. Und dann müssen wir mal ganz kurz hier bei Questgegenstände. Nee. Wo ist denn das Paket, was wir haben? Ach, da war es doch. Grün war es. Äh, einfache XP-Schmuckhugel. Ja, das ist die, genau, das ist die. Die habe ich gesucht. Ähm, XP-Schmuckhugel, wo ist die, wo ist die, wo ist die, wo ist die, wo ist die. Na, komm, wo ist sie? Sockelschlüssel Dämonenkristall Einfacher Stärkungskristall Meisterreparaturhammer Drachenzähmerpeitsch Drachengehege Erweiterung Katalysator Illusionspuppe Dann schon die Portschriftrolle Meisterschaftsrückversetzungspulver Transportruhne Portaltransportruhne Attribut Stärkungskristall Meisterreparaturhammer Attribut Entfernungskristall Da haben wir sie doch, die können wir nämlich ausrüsten Das ist nämlich Hier das ist das hier Und der Effekt ist Dass wir jetzt 50.000 xp sammeln können Und wenn wir die dann aktivieren wird das geklont Das heißt wir kriegen auf deutsch ein ganzes Level fast geschenkt Momentan so Momentan dauert ein Level 41.000 Das heißt 50.000 sammelt Wir haben jetzt 100.000 gesammelt Das finde ich ziemlich geil Ähm Okay, warte mal Ich wollte noch eins gucken was wir noch haben Fortgeschrittenes Lern erhält Skill Level und XP Evolutionsskillbuch Ich glaube das müssen wir den Drachen geben oder Sollen wir das den Drachen anwenden? Ich weiß es nicht genau Ich versuche das beste Ich versuche das beste Ich versuche das beste Als Maul Als Maul Okay Ähm Keine Ahnung Egal Egal Eines ist gut ist wir uns Quest aufgehoben haben Als wir noch nicht gemacht haben Ach das Quest ist von ihm oder was? Wings Tails Endless Howling Drachen Evolution Sondern nur fernig damit Euer Draht Eines ist umgegangen Hier haltest du dich drum reinkinkst Oh Oh Wings Tails Endless Howling Ähm Ja 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 So warte mal Aber wie benutze ich das? Ähm Ähm Ich hab keiner Was machen sollen Na gut Wo haben wir denn jetzt ein Quest erfüllt? Wir haben da hinten ein Quest erfüllt sehe ich Hier drin oder was? Ach siehst du hier mein Quest erfüllt Oh Äh Ja Oh Michelle Hunt hat euch hierher geschickt Ich hab mich gewundert warum es zu spät war Sie wurde verletzt Ich bin froh dass es nichts ernstes war Sie ist zu höflich Ich hätte mich einfach wissen dass es ein Problem ist Anstatt sich selber anzustrengen Na gut Äh Was für ein Pech Ich wollte sie eigentlich bitten noch ein paar weitere Dinge zu besorgen Aber nun Da ihr Fuß verletzt ist Es scheint mir als wäre das Jagen euch nicht trennt Kann ich euch bitten mir an ihrer Stelle zu helfen? Es ist eine ziemlich dringende Angelegenheit Und ich darf meinen wichtigen Kunden in Abora nicht warten lassen Die Kleidung die ich herstelle ist speziell bei Verteidigung abgestimmt Während sie dennoch einen gewissen Tragekomfort bietet und schön anzusehen ist Ich bin mit dem Handwerk ziemlich überzeugt Diese Kunden lieben es zu jagen Dieser Kunde liebt es zu jagen meine ich Und dieses Leder war für eine Jagdkleidung für ihn bestimmt Aber mir fehlen weiche Rattenhaut vom Krummzahnratten und Regenbogenfeder vom Dreizhangranichen Könnt ihr mir helfen einige dieser Materialien zu besorgen? Natürlich geht das Natürlich geht das Dann haben wir das Quest auch erfüllt Lalalalalala Oh diechen mag diesen Drachen Geil Ist auch eine Frau im Moment Interessant Na gut Huch Da Haha Es scheint mir die Es scheint mir die Entscheidung euch dies zu überlassen War genau richtig Dank eurer Hilfe haben wir jetzt keine Probleme mehr Na schnuckel Ist auch echt geil gestalteter Charakter muss ich sagen Gefällt mir sehr gut So Ähm Meisterschaftspunkt erhalten war doch glaube ich K oder? Nee Nicht K Auch nicht Aber hier kann ich gucken mal Ja wo zum Teufel ist denn dieses Hämmerhauptquartier Ja wo ich mich da verarschen Das ist gar nicht Achso kann sein das gar nicht hier ist Landzone Stadt Dungeon Porezia Keine Ahnung Äh Was habe ich da? Achso Äh Starker Körper Ein Punkt Effekt bei euch Konstitution plus 2 Konstitution mhm Nächstes Level startet einen mächtigen Schlag dieser verursacht 800 physischen Schaden 800 physischen Schaden Ähm Verbindungsaufbau Oh das sieht gut aus Lebenssägen Geh auch auf Lebenssägen Nehm ich mir mal Gönne ich mir mal Noch einen habe ich nicht Und einen Attributspunkt habe ich noch erhalten Oh Mensch Attributspunkt Ach stimmt die haben wir ja auch noch was Genau Ähm Wie sieht es denn aus bei uns Äh Konstitution Erhöhen sie die allgemein die maximale hp und hp regeneration 88 hp wären jetzt nicht so mein fall Fast 1000 damage ist dann schon eher mein fall Klack So Da wollen wir mal hier die Krummzahlranteblatt machen Hab ich schon gewundert warum ich in die eine Kille habe So weiche rattenhaut Wie brauche ich davon eigentlich Ähm Weiche rattenhaut Ach 4 Stück brauche ich davon Okay Nimm ich mit Schaff'ma So Ähm Da ist noch ein Ne ist ein Wittschwein Da ist noch eine Krummzahlrante Ok Das wird schon wir es auch wissen Ist ja egal Jürgen Ich soll ja auch die Fresse Schmalzfleisch erhalten Kann ich noch glaube ich zubereiten Jetzige So warum wir nicht Ähm Wir haben Wir brauchen noch Regenbogenfedern Wir brauchen noch Regenbogenfedern Die befinden sich aber woanders Lalalala Lalalala Regenbogenfedern Die müssten da hinten irgendwo gewesen sein Also wenn die alles täuschen waren Ach da hinten sind sie doch siehst du Sag ich doch sag ich doch Oh 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 Tadaa Regenbogenfedern Und Und Eigentlich will ich gerade erwarten bis meine Nummer 2 fertig ist aber egal Gibt mir gar keine Regenbogenfedern Gibt mir gar keine Regenbogenfedern Gibt mir gar keine Regenbogenfedern Spast Ohhhh, klack, huuuu Regenbogenfeder Verbrochenes Erdstück brauche ich jetzt eigentlich nicht Ich hätte viel lieber noch ein letzter Regen, habe ich das schon fertig? Nee, oder? Doch, scheint schon fertig zu haben Dann holen wir uns jetzt mal ganz kurz die Gesetzlosen noch, damit wir nicht tausendmal hier rumrennen Die waren irgendwo hier, da gab es eine Festung Genau, hier gab es die Wir brauchen Gangster und Banditen Aber guck mal, da haben wir noch Gangster schonmal Und Banditen, da haben wir noch einen Gangster Gummim Das ging doch gut So Das Essen braucht keiner Durchsuchen Pura Drachen spürt er nämlich mit Und dann haben wir noch einen Bandit So Auch der ist tot Und da war noch ein Gangster Wuuu Ja, voll der Gangster hier Hast auch absolut keine Chance die Dame Aber was für ein riesen Schwert ich hier rumlaufe Das ist einfach mal feier Nicht, nicht mehr feierlich Nee, nee, nicht mehr feierlich Plack Letzter Schlag Okay Wuuu Yeah Und Was war das denn? Ein Lump Warum dürfen die Frauen Gangster sein und die Männer sind Lumpen? Das verstehe ich jetzt aber nicht ganz Wahrscheinlich aus der Sicht meiner Spielfigur Ich bin eine Frau, deswegen ist ein jeder Gangster-Mann ein Lumpen So kann ich mir das jetzt erklären, einfach mal so Ich muss mir das ja irgendwie zusammenreihen Ehm, ein Gangster noch und zwei Banditen Haben wir noch einen Gangster, den hole ich mir Uah Kugel, Zweihandstreitkolben Ähm, momentane Ausrüstung Eingriffswert Okay Ist besser Ist besser Ah, das ist wieder so ein Zweihandstreitkolben Ich weiß eigentlich nicht, wie der aussieht Ich probiere das jetzt mal aus einfach Moment, kann ich hier vielleicht irgendwas wegwerfen? Äh, scharfe Schuppe Ähm Ist mir jetzt egal, komm Hallo, bei dir noch alles fit, oder was? Hast du die Glocke nicht gehört, oder was? Nein! Ist doch ein Witz, ist der weg Du hier herkest? Na, also ein Witz, oder wie der Böden Ich gucke mich